Ah! 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 Nein! Scheiße! Döp, döp, döp! Willkommen zu einer Donner Heitensiege mit Spastiach Tosen. Yeah, du hast den Stumpfverzehrer vergessen. Neu, hier ist Frankenstein 08. Ja, Heitensiege ist Verstecken, also 23 Verstecken, einer sucht. Und diejenigen, die halt als Verstecker gefunden werden, also, die muss man natürlich töten und dann BTV-Gefängnis. 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 Dann werden die zu suchen und, ja, damit ist das Spiel eigentlich erklärt. Wir müssen, mal gucken, was wir so sind. Wenn ich bin. Ich bin Space. Ich hab keine Ahnung. Ich bin Rene Workbench. Ach, ich bin auch Rene Workbench. Cool, ich weiß, wo ich hingehe. Ich auch. Hallo, Raum. Das ist aber nicht. Gehst du auch in so einen komischen, so eine komische Kapsel? Nein. Gut. Ich bin hier bei dem Raum, wo ich letztes Bestand. Ach da. Ja, da komm ich jetzt auch hin. Bei mir passt das. Da ist sogar noch Platz für eine Workbench. Bei mir. Siehst du da noch gar eine Workbench reinkommen? Äh, keine Ahnung, sehe ich nicht. Dann nehme ich gerade dran. Bei mir neben mir ist ein Raum voll, Mann. Oh fuck, jetzt bin ich am Arsch. Ich geh mich einfach irgendwo verstecken, ist jetzt egal. Mann, Alter. Dann steht an, ja egal. Passt schon. Was scheiße, was man nicht sehen kann, wer wäre. So, jetzt erst mal hier so chillen, erst mal ein Schlup, 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 Schlup. Erst mal so ein Einwärmung machen. Äh, nicht Einwärmung. Äh, probieren. So, damit können wir uns jetzt, können wir jetzt erst mal mit euch über unnütze Themen reden. Das ist eigentlich voll das AFK-Spiel. Ja, ist es auch. Ich weiß noch nicht, wer sowas aufnimmt, aber ich glaube, ich werde jetzt gefunden. Boah, hab ich gar nichts. Da ist keiner mir vorbeigerannt, Alter. Was, noch ich? Bei der Map hier? Wenn ich dich findest. Ist der raus? Nein, der ist immer noch hier drin. Fuck off, Jukebox. Jetzt geht er hier im Kreis rum. Jetzt denkt er sich, ah, hier ist keiner, da gehe ich wieder raus. Ist das nicht schön? Jetzt kann ich hier so schützen. Jetzt kann ich so schützen, bleiben, bleiben, warten. Wollt man jetzt zu wählen. Ein in die Rosehaus. Ich hoffe, ihr könnt damit... Geil. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass ich... Hey, 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 heizt Maul. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass ich ein bisschen trinke. Ist halt AFK-Game, da kann ich mich ein bisschen entspannen. Hast du gesehen, was ich geschrieben habe? mhm ha, geil, weil die geschrieben haben, I'm in Wurzer Haus ja, ich hab halt Stimmverzeihung, ne, ich hab halt das Glück und so ich arsch kann hier mal ein Seeker vorbeikommen, ich will hier mit meinem geilen Schwett hier klatschen auf dem Schwett ist übrigens Knockback drauf, Knockback 1 ja, der Penner mich auch letztes Mal damit getötet wie auf der Workbench der mich letztes Mal auch damit getötet, alter ja, ja, man muss hier fünf Sekunden stehen bleiben an einer Stelle dann kriegt man, äh, hier, das wird man falsch aber die, halt je, je nachdem, was für ein Block du bist, das verzaubert und man ist, äh, man sieht einen dann so richtig, wie so ein Block drinnen stehen mhm ey, hier ist ne, äh, geil so sehe ich gerade, ja, so sehe ich jetzt gerade nicht aus, aber der unsere Block ist halt die Blockbench, also bei mir sind das jetzt die Füße das Gute ist, der Seeker sieht einen, äh, sieht dann halt nur die, äh, den Block, den du hast bei mir sind zwei Seeker vor der Tür boah, ich hab'n geilen Coop als, äh, geilen Block als Coop warte für einen ich hab'n Pinch ja, hab' ich auch, ich hab' dasselbe, Mann das Geilste ist ja sowieso, dass ich hier mich zwischen die Workbench ist, was stecken kann mh, kann ich aber auch bei mir ist kein Seeker also ich sehe jetzt gerade keinen Namen du hast explizit hast du den Hautena Laurent das heißt, äh, A oder Kieran Arten ja, 4 verdient Stücke самого die stehen alle nebeneinander und scrap tw 왓 er verdient der der zum auch die b Jo da du ist nicht ich weiß wie geileres ja ist mir egal ich sagte ich antworte nicht auf solche scheiß fragen ich hab schon mal ein Schwierigkeiten da habe ich auch schon die ganze Zeit wie die richtige kennt jetzt keine OP A de Premium Oh Gott bei mir ist schon wieder einer Aua Dopp 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 Homo Homo Loller Leute ich hab dich getötet Eich ich hab einen Seeker getötet bei mir ist niemand sicher gewesen schade wie geht es hier so spaß noch ein morgen und erzeugt ja irgendwann hätte ich mich sowieso gefunden aber dafür die dürfte ich warst du ich war die ganze zeit da drin ja wird sich da hinten in die ecke verstecken können hier neben der ender schuld hier auf das weißt du ich glaube hier ist niemand drin aussehe ich also da war jemand drin nur ich war in der zähle pädophilisch der m der mit die kürzester sind das sind ein jahr vor seiner ecke fredakt hat eingetötet da ist die jukebox wo er ist man die jukebox geklatscht was schade wirklich jukebox ich glaube da war frankenstein ich hab den zwei oder drei mal geht naja ich habe eine schöne runde bis gleich bis zum nächsten